Hallo und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy 15 Beim letzten mal haben wir die eine Basis da infiltriert Jetzt wollte ich eigentlich Den Zeitauftrag für heute machen. Ach Aranea, Willkommen Ja Aber erst mal Lass ich mich vom Wolframato frauen, beziehungsweise Fahoui Und Luftwohrheit Er ist schon das zweite Mal in der heutigen Aufnahmesession, dass ich mir Aranea beschworen habe Nicht schlecht Aranea Danke Sie 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 Ja, jetzt wird Ernst. Jetzt wird gestiefelt Exekutive. Danke Aranea. Nichts für ungut, aber heute kein Zelten. Plopp, weg war's. Also durch irgendeinen Glitch kann man sich auch Aranea permanent als Mitstreiter holen. Aber ich will hier nichts glitschen. Ach komm. Was kommt da jetzt? Hier dann Wolframator. Au. Au. So. Bam Junge, fick dich. Jawohl, Wolframatoren. Wollten ihr auf den Sack gehen? Ich hau euch auf den Sack. Hehehe. 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 Spiel. Bitte verlass mich nicht. Speichern. Äh, Karte. Ja, das Auto parkt da hinten. Ich mache jetzt aber eins. Ach nö, Leute. Ja, dann haue ich die halt auch noch zu klump. Eigentlich wollte ich jetzt was anderes machen. So, du wirst erst mal gelingt. Der andere wird dann, ähm, im Stiefelkreis zu Brei geschlagen. So. Allerdings ist ein, äh, Schatz-Item. Was haben wir hier? Qualitäts-Baustein. So, ich pfeife jetzt meinen Schokobo ran und reite. Los, Kleiner. Nein, das ist nicht die Karte, das ist die Karte. Wie, bis dann? Ja, scheiß auf die Magitek-Motoren. Ich habe ja andere Dinge zu tun in der heutigen Folge. Und die werden sicherlich auch nicht gerade, äh, schnell vonstatten gehen. Und ich habe unheimlich Hunger gerade schon. Es ist erst um die Elf. Du Kacke. Das will mir jetzt schon wieder auf den Sack gehen. Hier und hier, oder? Auf geht's. Nö. Nichts auf geht's. Auf geht's am Arsch. Auf geht's mir am Arsch vorbei. Nö. Glaub ich hier überhaupt noch richtig? Ja. Weil der Marker da so tief sitzt. Habe ich mich gerade gewundert, ob ich überhaupt noch richtig unterwegs bin. Ach, nö. Äh. Ein Stück nach rechts muss ich. Äh. Ein Königreich für ein Bart. Ja. Hier irgendwo. Da. Auf geht's. Okay. Ja. Herr Kartonkröte. Was mögt ihr nicht? Lanze. Nein. Achso, heiliges Licht, genau. Au. Und Eis. Au. Und Eis. Au. 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 Jetzt ist unsere Chance. 40 von den Tüchern. Ähm. Ja. Blitz macht weniger Schaden an ihm stimmt. Ja. Ausrüstung. Au. Ach, nö. Ach, nö. Ja, danke für die unnötige Erklärung. Nein. Ich bin gern. Darf ich jetzt bitte mal dieses dumme Schwert weglegen? So, was tut ihr? Au. 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 Fertigkeiten. Nein. Ausrüstung. Solange ich das hier mache, sollte ich mit Ignes auch sammeln verfügbar haben. Ja, 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 schon gut. Ja, 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 schon gut. Wieso haben die jetzt automatisch die Exekutive gemacht? Und sammeln. Hallo? Hallo? Und sammeln. Und parieren. Piraden-Kombo ist sogar. Nice. Und nochmal pariert. Überraschung. Doppelsau. Au. Konduktor. Und noch ein Überraschungskombo. Magie. Ja. Ja. So. Und Überraschung. Exekutiert sie. Ja. 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 Und Konduktor. Die Drainierlands habe ich ja noch ausgelöstet. Ups. Pariert. Konduktor. Parieren. Warum verdient ich den Lebensmarkt? Ha! Kombo! Und sammeln! Oh! Au! Und sammeln! Sammelt euch! Und pariert! Und zertrümmert! Au! Au! Konduktor! Und jetzt wird getrümmert hier! Ja! Kommo! Konduktor! Au! Zu spät! Und Kombo! Ich weiß, dass ich im Überziehen bin, aber ich bin gerade auch mitten hier im Zeitauftrag. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Komm! Was für Probleme? Ja, es dauert ein bisschen, dass ich hier kämpfe, aber trotzdem... Ich sehe hier keine Probleme. Aber nach... Wobei... Wobei... Ne! Und weggekommen, Boot! Und noch ne Kombo! Und noch ne Kombo! Du bist ja richtig in Fahrt! So wenn ich halt! Aufpassen, sonst war's das für uns! Noch besteht Hoffnung! Legt raus, Proton! Aufpassen, sonst war's das für uns! Und noch ne Kombo! Und noch ne Kombo! Und noch ne Kombo! Kombo, 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 Kombo Chameleon! Au! Und noch ne Kombo! Fugt war. Oh, oh. Oh, oh. Und sammeln. Oh. Ah, Königsdorfen kann ich mal wieder machen. Und nochmals sammeln. Oh. 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 Ich verstehe original nicht, warum niemand von uns Schaden nimmt. Vorhin hatte ich noch einen Bach auf mir, ja, aber jetzt? Immer wenn sowas ist, dass ich keinen Schaden nehme, habe ich so Angst davor, dass ich irgendwo was gedrückt habe, was Schaden verhindert. So, stelle. Weiter zu Nord. Jupp. Wir sammeln uns neu, klar. So, stelle. Okay. Jawoll, bringen wir mich drüber, dann kann ich dich besser kommen und da hast du recht. Und noch eine Combo hinterher. Und noch eine Combo hinterher. Und noch eine Combo hinterher. Oh, jetzt muscht hier nicht rum. Hier haue ich mal wieder einen Konduktor rein. Ich finde, der hat vorhin auch mal ganz gut was geholfen. Au. Oh, Gladio, halt die Fresse, du bist genauso nervig wie Prompto. Oh. 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 So, zack. und noch einmal sammeln sammelt euch so wunderbar was 200.000 punkte 750 punkte und dafür können wir uns 300 dinge holen aber der ist halt auch nicht schlecht ich war vielleicht doch gut zurück zum regal ja ich bedanke mich an der schlimmer wieder ganz herzlich bei euch für eure aufmerksamkeit ich hoffe ihr hattet spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen tag bis dann und tata ja 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 ja